Hallo, es kommt mir bei Dessert of the Model. Heute tippe ich mal die WM für dieses Jahr für November in Katar. Erstmal gehe ich, nein, drauf ein, erstmal ein paar Sachen. Erstmal werde ich die WM nicht gucken, wie in Katar. Ich will sowas nicht unterstützen. Und der zweite ist, mir ist eigentlich das relativ egal, wer Weltmeister wird, wer Europameister wird. Da habe ich keine Bedürfnisse oder so. Ich bin ja jetzt nicht so einer, wie diese Nation Weltmeister wird oder so. Mir ist das relativ egal, weil es gibt mal Länder, die sind Fußballnation und es gibt Länder, die sind keine Fußballnation. Zum Beispiel Liechtenstein ist keine Fußballnation so richtig. Eigentlich wird gleichbar mit Deutschland oder auch USA ist nicht so richtig, da ist eher Kampfsport größer oder auch Football, Basketball größer als die Fußball. Und ja, und England zum Beispiel ist eine Fußballnation, wo auch Fußball auch herkommt und so. Ja, deswegen. Erstmal die Gruppe. Gruppe A besteht aus Ecuador, Katar, Niederlande und Sennigal. Gruppe B bestehen aus England, Iran, USA und Wales. Gruppe C Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien. Gruppe D bestehen aus Australien, Dänemark, Frankreich, Tunesien. Gruppe E bestehen aus Costa Rica, Deutschland, Japan und Spanien. Gruppe F Belgien, Kanada, Kroatien und Marokko. Gruppe G Brasilien, Kamerun, Schweiz und Serbien. Gruppe H. Gena, Portugal, Saudi-Arabien und Uruguay. Wie es vielleicht aufgefallen schon ist, sind sehr viele europäische Vereine dabei. Wir gleichen mal jetzt nicht mit den anderen Kontinenten. Zum Beispiel mit Gruppe H Portugal. Gruppe G Schweiz. Gruppe F Kroatien und Belgien. Gruppe E Deutschland und Spanien. Gruppe D Frankreich und Dänemark. Gruppe C Polen. Gruppe B England und Wales. Wo die sogar auf einer Insel sich befinden. Bayern, Großbritannien. Gruppe A die Niederlande. Übrigens Gruppe B ist eigentlich eine Gruppe, die sehr gut zusammenpasst. Bis auf vielleicht Iran wird England und USA und Wales werden teils Englisch gesprochen. Wales gehört wie England in Großbritannien. England, USA, Röniwi auch teils zusammen. Somit bis auf Iran passt die Gruppe eigentlich. Sehr gut. Vielenfalls machen wir hier Katar gegen Equator das erste Spiel. Das Eröffnungsspiel. Und das wird, denke ich mal, Equator aber gewinnen. Mit einem 0 zu 1. Senegal gegen Niederlande, sage ich, den Rögel war, gewinnt 2 zu 1. Katar gegen Senegal. Senegal gewinnt 2 zu 0. Niederlande gegen Equator gewinnt die Niederlande. 2 zu 0. Equator gegen Senegal gewinnt Senegal. 1 zu 0. Niederlande gegen Katar gewinnt die Niederlande. 4 zu 0. Somit weiter sind Senegal und die Niederlande. Equator und auch Katar sind raus. Gruppe B. England gegen Iran. Da wird England 2 zu 1 gewinnen. USA gegen Wales. Wird USA 1 zu 0 gewinnen. Wales gegen Iran. Sage ich, Wales gewinnt 2 zu 0. England und die USA. Gewinnt England 3 zu 0. Iran und USA wird einen 1 zu 1. Wales gegen England wird England 1 zu 0 gewinnen. Und somit weiter sind England und USA. Wales und Iran sind raus. Gruppe C. England, äh nicht England, war. Argentinien gegen Saudi-Arabien. Wird Argentinien 4 zu 0 gewinnen. Mexiko gegen Polen. Wird Polens 2 zu 0 gewinnen. Polen gegen Saudi-Arabien. Wird Polen 3 zu 0 gewinnen. Argentinien gegen Mexiko. Gewinnt Argentinien 2 zu 0. Saudi-Arabien gegen Mexiko. Sage ich, Mexiko gewinnt. Wird 1 zu 3. Polen gegen Argentinien. Sage ich, wird 0 zu 3. Sumit weiter sind Argentinien und Polen. Saudi-Arabien und auch Mexiko sind raus. Gruppe D. Dänemark gegen Tunesien. Dänemark gewinnt 1 zu 0. Fremdreich gegen Australien. Fremdreich gegen Australien. Gewinnt Fremdreich 3 zu 0. Tunesien gegen Australien. Sage ich, eine 1 zu 1. Fremdreich gegen Dänemark. Gewinnt Fremdreich 2 zu 0. Australien gegen Dänemark. Gewinnt Dänemark 1 zu 0. Tunesien gegen Fremdreich 2 zu 0. Sumit weiter sind Fremdreich gegen Dänemark. Tunesien und Australien sind raus. Gruppe E. Deutschland gegen Japan. Gewinnt Deutschland 4 zu 0. Spanien gegen Costa Rica. Gewinnt Spanien 5 zu 0. Gewinnt Japan gegen Costa Rica. Gewinnt ein 2 zu 1 zu Japan. Spanien gegen Deutschland. Gewinnt ein 0 zu 0. Costa Rica gegen Deutschland. Gewinnt Deutschland 4 zu 0. Und Japan gegen Spanien. Gewinnt Spanien 1 zu 3. Somit ist Deutschland und Spanien weiter. Japan und Costa Rica sind raus. Gruppe F. Marokko gegen Kroatien. Gewinnt Kroatien. 0 zu 2. Belgien gegen Kanada. Wird ein 1 zu 0. Knappe 4. Belgien gegen Marokko. Wird ein 3 zu 1. Kroatien gegen Kanada. Gewinnt Kroatien. 3 zu 0. Kanada gegen Marokko. Gewinnt Kroatien. 2 zu 1. Kroatien gegen Belgien. Gewinnt Kroatien. 1 zu 0. Und somit weiter sind Kroatien und Belgien. Raus sind Kanada. Und Marokko sind rausgeflogen. Gruppe G. Schweiz gegen Kamerun. Gewinnt die Schweiz 3 zu 0. Brasilien gegen Serbien. Wird ein 2 zu 1. Kamerun gegen Serbien. Gewinnt Serbien 2 zu 0. Brasilien gegen die Schweiz. Gewinnt Brasilien 3 zu 1. Serbien gegen Schweiz. Wird ein 1 zu 1. Brasilien gegen Kamerun. Wird ein 1 zu 0. Somit weiter sind Brasilien und Schweiz. Serbien und auch Kamerun sind raus. Uruguay und Südkorea bei Gruppe H. Gewinnt Uruguay 1 zu 0. Gruppe H. Portugal gegen Genan. Gewinnt Portugal 3 zu 0. Südkorea und Genan. Gewinnt Südkorea 1 zu 0. Portugal gegen Uruguay. Wird ein 1 zu 1. Genan gegen Uruguay. Wird ebenfalls ein 1 zu 1. Südkorea gegen Portugal. Wird gewinnt Portugal 2 zu 0. Jumit weiter sind Portugal und Uruguay. Rausgeflogen sind Südkorea und Genan. So, jetzt sind dann die 8. Finale. Es sind wieder sehr viele europäische Vereine dabei. Ich weiß nicht, ob die 8. Finale so gestimmen wird. Wenn das so ganz richtig ist. Kann wahrscheinlich auch etwas anders sein. Darum will ich jetzt mal. Südkorea gegen USA. Übrigens, ab hier wird es Sieger geben. Bedeutet, ich werde manchmal sagen, welche Spiele ins Verlängerung gehen. Oder Elfmeter. Bei normalen Tipps, wenn ich dir nichts sage, wird es auch nur 90 Minuten geben. Senegal gegen USA. Sag ich einen 2 zu 0. Argentinien gegen Dänemark. Gewinnt Argentinien 3 zu 0. Frankreich gegen Polen. Gewinnt Frankreich 2 zu 1. England gegen Niederlande. Gewinnt England 2 zu 0. Deutschland und Belgien. Hier sage ich zum Beispiel, wird es in Verlängerung gehen. Und Deutschland wird sich mit 1 zu 0 nach Verlängerung durchsetzen. Kroatien gegen Spanien wird ins Elfmeterschießen gehen. Der Winkel hier hoch. Gewinnt Kroatien durch Elfmeterschießen. 5 zu 4. Brasilien gegen Uruguay. Gewinnt Brasilien 2 zu 0. Das habe ich doch schon. Der Tür ist wieder entfernt. Also hier nochmal. 5 zu 4 durch Elfmeterschießen. Portugal gegen die Schweiz. Gewinnt Portugal 1 zu 0. Deutschland gegen Brasilien. Die Partie kennen wir eigentlich ja schon. Elfmeterschießen 2014. Wo wir 7 zu 1 gewonnen haben. Ich muss übrigens sagen, ich habe auch 7 zu 1 getippt. In meiner Klasse haben auch alle gesagt, Brasilien gewinnt uns. Brasilien besiegt uns locker. Und auch noch andere Wörter. Die will ich jetzt auf jeden Fall in dem Video nicht sagen. Ich habe gesagt, nee, Deutschland gewinnt 7 zu 1. Zack, richtig. In dem Zeitraum war ich aber jetzt nicht so wirklich Fußballfan und so. Deswegen. Deutschland auf jeden Fall gegen Brasilien. Ich denke jetzt nicht, dass das wieder so wiederholt wird. Aber ein 2 zu 1 wird es. Senegal gegen Argentinien. Wird Argentinien 3 zu 0 gewinnen. Kroatien gegen Portugal. Wird nach Verlängerung Portugal 2 zu 0 gewinnen. England, Frankreich wird einen 1 zu 3. Somit kommen wir ums Halbfinale. Argentinien gegen Deutschland. Wird Argentinien diesmal gewinnen. Deutschland nicht. Wie letztes Mal im Finale. und Frankreich gegen Portugal. Und Frankreich gegen Portugal. Und Frankreich wird Frankreich 3 zu 2 gewinnen. somit Deutschland gegen Portugal. Und das geht ins Elfmeterschießen. Und da gewinnt Deutschland 4 zu 3. Und das Finale besteht aus Argentinien gegen Frankreich. Aber wir kennen den WM-Fluch. Und ich denke das wird hier auch auffallen. Und deswegen wird Argentinien das Spiel nach Verlängerung 2 zu 1 gewinnen. Und das bedeutet Argentinien gewählt Weltmeister. Kann natürlich sein, dass irgendwelche Begegnungen sich früher treffen oder so. Da zum Beispiel in 8. Finale Deutschland nicht gegen Belgien spielt. Sondern sagen wir mal gegen Uruguay. Da würde ich natürlich wiederum anders tippen. Oder dass wenn Portugal schon da gegen Frankreich spielt. Dann wird das natürlich auch anders aussehen. Jedes Ergebnis kann natürlich auch anders aussehen. Ich würde da ein bisschen denken andere Teams vielleicht anders einschätzen. So aber die Ergebnisse. Zum Beispiel würde ich sagen hier dass Frankreich nicht Frankreich dass Australien Dritter wird und Tunesien Letzter oder auch Gena Dritter wird und ja auf jeden Fall das sind meine Tipps zur WM in Katar was ich nicht angucken will in Katar auf jeden Fall mein Tipp ist Argentinien wird Weltmeister und das zum dritten Mal für die weil die sind ja zweimal sind Weltmeister geworden können wir hier nochmal auch nachgucken oder kann man nicht nachgucken gibt sie keine Historie soziale Medien und da werden die Teams angezeigt bei Teams die Tabellen rechnen da gerade die Tabelle stimmt es ist auch nichts und hier sehen wir sogar am Sonntag 20. November 2022 wird die WM stattfinden mit den Äußerungen Spiel Katar gegen Quarkdor um 17 Uhr und ja das sind übrigens meine Tipps wie schon gesagt vielleicht noch Mittwoch den 23. November wird Deutschland ihren ersten Spiel in Japan haben und ja das sind meine Tipps ihr könnt natürlich eure Tipps in die Kommentare schreiben ihr könnt auch genauso schreiben wenn ihr vermutet wer Weltmeister wird bei mir habt ihr gesehen ich selber sagt ist schwierig Argentini kann ich mir auch gut vorstellen ich könnte mir aber auch Brasilien wieder vorstellen dass die sich ein bisschen wieder zurückkämpfen ich kann mir aber auch Frankreich vorstellen dass die den WM-Fluch übergehen können kann ich mir auch sehr gut vorstellen und ja davon schwierig zu sagen vielleicht würde ich sogar auch Argentinien wird es Portugal würde ich sagen ist auf jeden Fall wird rausfliegen Deutschland würde ich auch sagen wird rausfliegen ja den könnt ihr auch von mir aus in die Kommentare noch schreiben was ihr vermutet wer Weltmeister wird und wie ihr den Tabellenrechner sagen würdet wie bei euch die Ergebnisse kommen wird und ja wenn euch das Format gefahren hat vielleicht mache ich das ja wieder mit der Bundesliga zu tippen dann fragt das auch mal in die Kommentare getan ob ihr das zurückhaben wollt dass ich die Bundesliga tippen soll oder ob ich die Bundesliga nicht tippen soll wenn ich die tippen soll wird es aber erst in der nächsten Saison oder vielleicht in der Rückrunde beginnen also jetzt die nächsten vier Tage wird es nicht stattfinden kann ich schon mal sagen aber vielleicht ja in der Rückrunde oder auch in der nächsten Saison und das war es vom Video und bis dann und bis dann